Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte wir machen heute mal eine meiner pflegeleichtesten, absoluten Lieblingspflanzen ein bisschen. Wir tauchen auch noch nebenbei gleich um. Hier habe ich schon Topf stehen. Und denn ich habe die Pflanze hauptsächlich als Hintergrund von meinem Büro geholt. Von manche von euch werden es vielleicht wissen, dass ich ja streamen auf Twitch. Und ich wollte ein bisschen grün am Hintergrund haben. Meine ganze Wohnung ist grün und da ist irgendwie nichts gewesen. Bis jetzt. Und zwar ist das die Epipenum Aurium oder einfach auch Evatute genannt. So sieht die gutste aus. Die habe ich jetzt gekauft beim Dehner. Und ich finde, man sieht eigentlich, sie ist relativ groß. Also ich sitze zwar gerade, aber ich glaube, würde ich sagen, sie ist schon relativ groß. Ist dann echt günstig. Also mit Moosstopp hat die jetzt 15 Euro gekostet beim Dehner. Ich finde, da kann man nichts sagen. Und die Blätter oben sind auch schon teilweise richtig groß. Also meistens haben die eher kleinere Blätter. Die sind jetzt aber relativ groß. So. Warum ich die Pflanze sehr gerne mag, hat ein paar Gründe. Zum einen verträgt sie relativ wenig Licht. Das heißt, ihr könnt die auch in eurer Wohnung in etwas dunklere Ecken stellen. Dunkel ist natürlich immer ein bisschen relativ bei Pflanzen. Es sollte natürlich erst nicht stockfenster Nacht sein. Also ein fensterloses Bad schafft die Pflanze dann trotzdem nicht. Aber sie kann ein bisschen weiter wegstehen vom Fenster. Ich habe zum Beispiel meine Schlafzimmertöße hinter so einer Ecke. Da habe ich zum Beispiel eine, die so die Wand lang ragt. Das finde ich ganz schön. In dem Fall haben wir übrigens hier auch die goldene Effortute. Also die gefleckte Variante. Es gibt mittlerweile auch verschiedene Variationen. In dem Fall hat die Pflanze dann immer mehr weiße Anteile in den Blättern. Und halt auch eben diese gelblichen oder goldenen Anteile. Genau. Dann ist es so, dass sie auch die Luft reinhält. Zwar nicht so viel wie immer in der Werbung gesagt wird. Da wird der mal gesagt, ja die filtern die Luft so richtig richtig gut. Das machen sie schon. Das machen aber auch die meisten Zimmerpflanzen. Aber jetzt nicht in der Form, dass man das jetzt irgendwie besonders spüren würde in der Wohnung. Und was auch noch sehr gut ist, ich sehe es im Hintergrund das Aquarium. Und da habe ich immer noch den Plan irgendwann, dass es sich schafft, dass da eine Effortute drin wächst. Denn die Wurzeln ziehen sehr viel Nitrat und Nitrit aus dem Wasser und verhindern damit die Algenbildung und bieten Fischenschutz. Und mein Ziel ist ja immer noch, ich habe ja unten die Axolotl drin, ich würde mir ja irgendwie immer noch wünschen, dass oben ein paar Fische schwimmen. Ist aktuell bei der Aquariumgröße ein bisschen schwierig, da Kaltwasserfische zu finden. Ja, wenn das vielleicht klappt mit dem Umzug, dann kriegen die auf jeden Fall einen großen Respekt. Und dann hole ich mir ein paar Goldfischchen. Und dann hätte ich auch sehr gerne eine Effortute, die da rein rankt, weil das sieht A sehr schön aus und wie gesagt das B sehr, sehr gut fürs Wasser. Wie man sieht, das ist eher eine kletternde Pflanze. Man kann sie auch hängen lassen. Ich lasse die meistens eigentlich eher ranken. Ich habe dafür verschiedene Haken einfach, die ich in die Wand mache oder in einer Ampel. Da kann sie dann sehr gut hoch ranken. Genau. Und das sind so die ersten Facts, die ich erstmal so hätte so ein bisschen. Verbreitung hatte ich mir rausgesucht. Die sind relativ weit verbreitet sogar. So, wenn ich es jetzt finde. Bangladesch, Indien, Myanmar, Thailand, Vietnam, China, Taiwan, Japan. Da kommt die Pflanze überall natürlich vor. Also lebt dort draußen. Bei uns geht das eher nicht, weil sie doch ein bisschen kälter empfindlich ist. Aber wie gesagt, ansonsten eine sehr, sehr pflegeleichte Pflanze. Vermehrung erfolgt auch über Blattknoten. Da hatten wir schon mal ein Video gemacht über die Monstera Monkey Mask. Im Endeffekt, das ist das gleiche Prinzip. Ich verlinke euch das Video einfach mal oben in der Infobox. Genau. Und im Endeffekt läuft es bei der Efalltute genau gleich. Ableger ziehen ist auch relativ easy, würde ich sagen. Mache ich bei der wahrscheinlich dann auch irgendwann, weil die ist jetzt ja um diesen Mo-Stab rumgeschlungen. Und ich habe das einmal gemacht, dass ich eine Efalltute da losgelöst habe. Dieses Riesen-Efalltute, die ich mal bei eBay Kleinanzeigen geholt habe. Und es war ein Drama. Es war ein Drama. Das werden wir bei ihr also nicht machen. Das heißt, wenn da die Ausläufer, die irgendwo hier rausgucken immer, also hier zum Beispiel ist an der Seite, hier ist einer, die werden einfach irgendwann abgeschnitten für Ableger oder weiter hochgebunden, weil anders geht das gar nicht. Genau, umtupfen müssen wir aber, weil unten gucken schon Wurzeln raus, so ein bisschen. Man sieht es, glaube ich, ganz wenig. Genau. Und das machen wir jetzt. Ich habe ganz stinknormale Blumenerde. Gemischt wird ein bisschen Tongranulat, dass einfach ein bisschen luftiger ist der Boden. Aber ansonsten nehme ich eigentlich stinknormale Blumenerde. Also ich beachte da jetzt bei der Efalltute nichts weiter. Da werden wahrscheinlich jetzt viele Hände über den Kopf zusammenchlagen. Wie kannst du das nur machen? Ja, ist ganz okay. Bisher haben sie das alle überlebt. Wie gesagt, auch fliegt sehr pflegeleicht. Hydrokultur geht auch. Ich habe auch Ableger. Die wachsen gerade in der Hydrokultur richtig, richtig gut und gehen da richtig ab. Da müsst ihr nur daran denken, dass ihr ab und an ein bisschen dünt. Extra Hydrokulturdünger bitte nehmen, weil sonst geht euch die Pflanze hops. Ihr könnt da nicht den gleichen nehmen, wie bei den Pflanzen, die ihr im Topf habt. Genau. Und wie gesagt, ich finde 15€ ist halt echt. Also ich war voll überrascht, weil die kleinen Töpfe mit den Efalltuten kosten teilweise auch schon 8€. Also 15€ inklusive Moorstab. Ich meine, der Moorstab kostet meistens schon 8€. Also ja, ist schon sehr günstig, ne? Meine Freunde, das war nicht beschwert. Ah, da kam der Ruck, für den ich gewartet habe, damit ich nicht im Topf los bin. So, da seht ihr jetzt die ganzen Wurzeln richtig schön durchgewurzelt. Die löse ich jetzt ein bisschen an. Also ganz vorsichtig nur mit der Hand. Einfach nur, dass die sich gleich in dem neuen Substrat dann schön verwurzeln. Jetzt haben die sich natürlich in dem Topf so zusammengefunden, wie es einfach gepasst hat. Deswegen breche ich das nur mit der Hand so ein bisschen auf. Das ist auch nicht nur eine Pflanze hier drin. Ich würde mal sagen, das sind 5, die jetzt hier zusammengebunden wurden. Also, wie gesagt, zu dem Preis kann man absolut nichts sagen. Genau. Ich löse es nur so ein bisschen an. Jetzt sieht man mich nicht mehr. Auch nicht schlimm, ne? Schauen wir mal ein bisschen rüber, dass ich mich wieder ein bisschen sehe. Genau. Setzt die relativ mittig rein. Durch den Rangstab kriegt ihr auch genug Stabilität. Die steht nämlich auch schon so, obwohl da gar keine Erde drüber rum ist. Und hier habe ich mir schon ein Töpfchen geholt mit frischer Blumenerde. Bei den aktuellen Temperaturen solltet ihr die Blumenerde draußen lagern. Ich meine, es ist noch nicht so kalt. Bei mir hat es zumindest noch nicht geschneit. Falls es bei euch geschneit hat, freut es mich sehr für euch. Ich bin auch nur minimal neidisch. Dafür ernte ich noch Tomaten vom Balkon. So hat halt jeder seine Vorteile, ne? Genau. Wenn ihr die Erde draußen stehen habt auf dem Balkon, dann holt die bitte vorm Umtopfen ein paar Stunden vorher schon rein. Am besten den Abend vorher, wenn es geht. Weil wenn die so kalt ist, das ist immer nichts für die Pflanzen. So wirklich. Jetzt muss ich mal grad gucken. So wie zu frische Blumenerde. Das war auf jeden Fall vielleicht aus dem Kompost, wo noch nicht so alles verwertet war. Aber das ist kein Thema. Müssen mich eh noch aufrufen. Das ist jetzt auch wurscht. Genau. Jetzt fülle ich das einfach nur mit neuer Erde alles auf. Und dann kriegt die Pflanze auch noch, wie alle meine Pflanzen, ein Karrier Rosenstäbchen. Beziehungsweise habe ich gar kein Kareo mehr. Ich hole das gleich mal und zeige euch das mal. Das ist jetzt was anderes wie Kareo. Das wurde mir jetzt empfohlen, weil Kareo Stäbchen hat wohl gerade keine Zulassung mehr. Die haben ja dieses Spray. Das kennt ihr glaube ich alle. Was ich total ungern benutze, seit ich Katzen habe. Ich habe es vorher auch schon sehr ungern benutzt, muss ich sagen. Und meine eigene Lunge ist mir dann auch recht wichtig. Ich weiß, manch überrascht es vielleicht, aber ich hänge an meiner Lunge. Und deswegen machte ich das Spray sowieso nie so gerne, weil ich immer das Gefühl hatte, ich atme davon doch sehr sehr viel ein. Und dann habe ich immer lieber die Stäbchen benutzt. Und das Kareo Stäbchen hat wohl keine Zulassung mehr. Das Spray wohl schon noch. Also das konnte man zumindest noch kaufen. Habe ich natürlich nicht gekauft. Aber wie gesagt, das ist nicht so meins. Das heißt, da mal einfach gucken. Ich hole es gleich mal rüber. Dann zeige ich euch das mal, was ich da genau habe. Das mache ich eigentlich immer bei neuen Pflanzen mittlerweile einfach als Vorsorge. Weil man holt sie halt ständig irgendwas rein. Und wenn ihr mal mehr wie eine Zimmerpflanze habt und vielleicht auch etwas teurere Pflanzen dazwischen habt, seid ihr irgendwann auch froh, wenn ihr einfach keine Schädlinge habt. Und dann kann man lieber vorsorgen mit so einem Stäbchen, bevor ihr nachher 30 Pflanzen behandeln müsst oder so. Obwohl ich natürlich auch kein Freund von Chemie bin, das gebe ich auch zu. Aber jedes Mal Nützlinge kaufen. Also bei Vorsorge ist es so. Ihr könnt halt keine Nützlinge mal benutzen, wenn ihr einmal Insektizid benutzt habt. Muss euch halt auch klar sein, weil das sind ja meistens dann auch Insekten, die ihr benutzt als natürliches Mittel. Das heißt, die sind dann halt einfach raus. Aussehen hatte ich bisher auch kaum Nützlinge da oder selten. Wenn dann nur, wenn ich jetzt wirklich draußen meistens was hatte. Dann nehme ich tatsächlich öfter Nützlinge. Ich werde nächstes Jahr auch mich wieder um ein Marienkäferhaus bemühen. Da suche ich mir noch was Schönes raus, was wir noch gleich zusammen machen können. Aber drinnen im Haus nehme ich fast immer Insektizid. Aber das führt mich gerade noch zum nächsten Punkt, den ich da noch nicht angesprochen hatte. Die Efeitute es gibt, die für Katzen und Hunde. Und für den Menschen. Das heißt, wenn ihr kleine Kinder habt, die daran knabbern wollen, würde ich mir auch überlegen, sie zu kaufen. Wenn ihr Katzen habt, die da rangehen oder Hunde. Wobei ich es von Hunden, glaube ich, seltener gehört habe als von Katzen. Ich glaube, bei denen gehen wir eher Katzen anpflanzen. Aber ich hatte auch nie einen Hund. Kann auch sein, dass ich es bisher einfach nur nicht mitbekommen habe. Dann solltet ihr euch keine Efeitute holen. Jetzt habe ich das Glück, dass meine Katzen beide nicht wirklich dran gehen anpflanzen. Weil wir das schon sehr früh gelübt haben, dass Pflanzen anknabbern verboten ist. Man darf sich dran schubbern. Weil alles, was bei Kontakt schon giftig ist, steht so, dass meine Katzen nicht rankommen. Und beißen ist aber nicht erlaubt. Weil ich habe sehr viele Monsteras, wie gesagt, ich habe sehr viele Efeituten. Und ich hatte eigentlich keine Lust, die alle zu entsorgen. Nur weil ich jetzt Katzen habe. Hätte ich natürlich gemacht. Logisch. Ja, wir sind ja eine ordentliche Katzen immer. Aber meine Bereitschaft dazu war eher so, ich versuche erstmal die Katzen zu erziehen, dass wir nicht dran knabbern. Und wenn das nicht hilft, müssen die Pflanzen halt weg. So. Das hat ganz allein funktioniert. Also sie gehen beide nicht dran. Wie gesagt, sie schnüffeln dran. Sie reiben sich mal dran. Aber dass sie es jetzt fressen. Nö. Bleiben beide Gott sei Dank bei Katzengras. Und das ist auch sehr viel gesünder. Genau. Aber da solltet ihr einfach ein bisschen drauf achten. So. Die Pflanze steht. Es war ein bisschen schräg, aber sie steht. Ich habe jetzt mal ein altes Stäbchen und zeige es euch gleich. Was gefunden. Und zwar ist das von Project Garden Licitan Plus. Ja. Erste-Hilfemaßnahmen. Man sollte ein bisschen aufpassen. Also solltet ihr auch nicht essen. Auch so aufbewahren, dass vielleicht die Tiere nicht drankommen. Genau. Pflanzenverträglichkeit. Werden von folgenden Pflanzen selber verträgt. Steht da nochmal drauf. Ich schaue mal gerade, ob die da drauf steht. Ne. Steht zwar jetzt gerade nicht drauf. Oder ist es nicht lateinisch sortiert. Nicht alphabetisch sortiert. Genau. Und zwar ist es so. Man benutzt je nach Topfdurchmesser unterschiedlich viele Stäbchen. Bei 10 bis 12 Zentimeter ein Kombi-Stäbchen. Bei 13 bis 15 Zentimeter 12. Steht alles hinten drauf. Generelle Aufwandsmenge zwei Kombi-Stäbchen pro Liter Erde. Ich nehme halt in der Vorsorge immer ein Stäbchen. Und mache es dann einfach so. Sie könnt ihr hier raus trennen. So sehen die übrigens aus. Sieht ähnlich aus wie die von Carino. Ich trenne mir mal eins raus. Und halbiere das dann einfach bei der Vorsorge. Da sind die Katzen ganz wuschig. Weil ich sitze im Wohnzimmer. Und hier kriegen die mal leckerlis. Sind die der Meinung, sie kriegen was. Also nehmen wir mal ein Stäbchen. Breck es einfach in der Mitte durch. Hab dann zwei. Und steck die in zwei verschiedene Punkte im Topf. Einfach relativ nah an die Wurzeln ran. Also einfach schön tief in die Erde stecken. Und dann gießen. Ich mir die gleich an. Und dann löste ich dieses Stäbchen auf. Und kümmert sich dann im Endeffekt um die falls vorhandenen Schädlinge. Weil alles sieht man ja auch nicht immer. Und es ist gegen saugende Schädlinge. Also sowas wie Tripse wird damit auch erledigt. Und noch gegen Blattläuse, Zikaden, Schildläuse und weiße Fliegen. Ja. Also einmal das Rundum-Paket. Und so ist unser Eva-Tütchen jetzt fertig. Und die stelle ich jetzt um. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir sind Dienstag zum Vlog. Da kommt die Bärbel. Hallo Bärbel. Ja, hallo. Bärbel noch kaum. Man sieht die aber gar nicht im Videomäuschen. Hm? War sie gerade auf dem Aquarium? Ja. Katze ist nass. Die war gerade auf dem Aquarium. Da ist sie. Gerade durchs Bild geflutscht. So. Und wir sehen uns nächste Woche Dienstag zum Vlog. Oder nächste Woche Samstag zu einem neuen Pflanzenvideo. Ich würde mich freuen. Alle Infos zu der Pflanze findet ihr auch nochmal bei mir auf dem Blog. Link unten in der Infobox. Und beziehungsweise in der Videobeschreibung. Und bis nächste Woche.